Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Tropico 2. Endlich der Part, der ewig auf sich warten ließ. Ja, äh, da er ewig auf sich warten ließ, fange ich jetzt auch gleich schnell an, damit ihr nicht noch länger warten müsst. So, laden. Grünbart, oh Gott, das ist schon ewig hier. Let's Applier 2 hier. Und das ist gut, ey. Was war nochmal Aufgabe? 3000 Goldstücke. Schalupe. Okay, Piraten sind zufrieden und müssen Nutten haben. Gut, mehr brauche ich nicht zu wissen. So. Ah, ich muss mich jetzt doch mal wieder spielen. Ja, jetzt aber. Wir schaffen uns erstmal ein Lager. Ich habe nämlich schon langsam wirklich vergessen, was hier los ist. So, 2 Nutten, das reicht nicht, wir brauchen mehr Nutten. Haben wir auch genug Willige? Nein, wir haben nicht genug Willige. Zum wühligen Luder. Der wollistige Wurm. Zum Absturz. Okay. Das passt. Das ist in Ordnung, aber wir brauchen noch Nutten. Ah, wir brauchen noch noch Kohle. So, dann lass uns mal überlegen hier. Ähm, brauche ich nicht eine Schiffswerft oder so? Wenn ich eine Schalupe bauen will, brauche ich doch eine Schiffswerft hier. Habe ich meinen Experten schon? Jo, habe ich. Judy. Komm mal her mit der Schiffswerft, wa? Wo ist denn die? Oh, ich brauche noch einen Timer. Ähm. Schiffswerft. Schiffswerft. Da. Bootswerft. Hm. Soll ich erstmal eine Straße anbinden, wa? Ja. Zack. Ach Gott, das ist so eine Straße, so krumm wie Berlusconi's Penis. Egal. So. Passt. Ja, hoffen wir mal, dass es jetzt hält. So, zack. Bootswerft. Arschlecken. Oh, da. Ja, damit. So. So. Joa. Das passt. Okay. Machen wir hier erstmal eine normale Spielgeschwindigkeit. So. Gut, dann laufen die jetzt erstmal rüber. Das ist gut. So. Die baut hier erstmal das hier schön weg. Geld her. Das passt. Es ist nicht ausreichend bewaffnet. Ausreichend bewaffnet. Das ist natürlich scheiße, aber... Wie denn auch? Muss ich erstmal plündern gehen. Ich brauche nämlich noch erstmal Gefangene. eine weise Entscheidung her. Charlotte Berry. Marinius. Anitibus. Vladioribus. Das passt. Hier habe ich meine Bootswerft. Gut. So. Brauerei. Gefängnis. Alles in Ordnung. Natürlich ein Galgen. Schicken wir mal die Furcht aus. Oh, hoffentlich... Naja. Der kommt. Der Bootsbauer. Der ist so ein Nerd. Der entkompliziert. Bei der Eisenmine. Wo wir doch schon ein bisschen Kohle haben. Können wir den auch ein bisschen einheizen hier. Das passt doch. Ja, das ist gut. Das ist eine Galgen. Ja. Hier. Schneller bauen. Ihr Arschlöcher. Das passt. Henny Morgen kann man die umbediennen. Die Leute haben gar nicht garantiert die Sklaven umbediennt. Ja, komm. Äh. Nee, ich gucke zu. Ich habe nur die Sklaven. Was? Weiblich Lastenträgerin. Na gut. Die werfe ich nachher raus, wenn ich eine Note brauche. Weil Nutten sind wichtiger. Das passt. Gefängnis. So, jetzt baut ich hier erstmal brav meine Brutzwerft. Oh. Zwei Bauzelte. Eigentlich kann ich das andere nicht auch abreißen kommen. Weg damit. Zack. Die ist ja arbeitslos. Nee. Arbeitlose gezauberweise. Nee, nicht. Bei mir gibt es keine Arbeitslosen. Die finde ich doch garantiert einen Job irgendwo. Gibt es nicht irgendwo einen männlichen Lastenträger? Ja, genau. Da kann man gleich in der Schmiede hier arbeiten. Komm rein. Ja, perfekt. Das hat doch genau geklappt. Gut. So. Jetzt kann man auch ein bisschen beschleunigen. Simulation. Simulation. Wie mögen mich die Piraten deutlich über Mittelwerten ausliegen. Das heißt, ich brauche noch ein paar Dirne. Äh, Nutten. Entschuldigung. Ach, wenn, dann kann man ja gleich einen fetten Puff aufmachen hier. Ja, hopp. Als nächstes entführst du mir eine hübsche Dirne. Eine professionelle Dirne. Wurde zwei Leute. Einen verloren. Ja, scheiße. Nehmen wir halt jetzt die professionelle Dirne. Gelernte Dirne. Und bitte weg mit euch. So, das passt. Ja, aber was meinen wir jetzt, um hier neue zu erschaffen? Das ist in der Tat Pech, wenn ich hier nicht genug bekomme. Aber damit muss ich halt nun mal leben. Oh, ich habe eine arbeitslose Frau. Naja, die kriegt einen Job. Kein Problem. Bei mir gibt es für Frauen immer Jobs. Ja, damit noch eine Dirne. Willkommen. Kann ich mir nur leisten. Hier eine Dirne. Eine kleine Dirne. Yes. Zwei gefangenen Arbeiter. Exactly what I needed. So, jetzt habe ich hier zwei Leute drin. Und gleich kommt ein erster Säbel. Ja, wa. 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 Wallah. Mein Lieblingsdienst ist ein Koala. Geht doch. So. Niemand da. Aber dirn und Masösen. Das ändert sich bald. Das ist nämlich bald das. Ähm. Was ist hier bald, ähm. Das. Irgendwas ekliges. Schwabbelige. Schwabbelige. Oma. Hm, lecker. So. So. Dirn zur schwabbeligen Oma. Jetzt haben wir einen rollistigen Wurm. Und eine schwabbelige Oma. Ja, das ist sehr erotisch. So. Pack. Das passt. Jetzt schon wieder galgen. Wie es sich gehört. Naja, hier ist die Furcht auch ein bisschen gering. Aber ist ja wurscht. Oh, die sind sogar einigermaßen zufrieden, die Leute. Wieso laufen alle Piraten so behindert? Sind die besoffen oder soll es deren Hinkebein simulieren? Wurscht. Rinn mit euch. Die war noch. Sauber. Und die Wache hier ist sehr zufrieden mit Riem. Denn überhaupt zum ödigen Hügel. Das ist doch noch überhaupt. Ach, nee, nee, nee. Doch, die ist ja drin. Stimmt, das hier ist ja noch nicht gebaut. So. Zack. Willkommen meine Leute aus dem Bauzelt. Ach, ihr schlaft noch im Boden. Ihr trottelt. Ist doch ein Schlaf, sei da. Aber kriegt ihr nicht alles hin, war. Ja, ja, ist ja gut. Ihr kriegt ja auch noch einen Schlafzell. Wenn ich jetzt hier wieder so überbevölkert bin, dann bräuchte ich gleich noch ein zweites Bauzelt. Na so, aber ich lasse das Bauzelt jetzt einfach mal hier. Ich glaube, die sinnvollste Variante. Und schmeiße dann immer Leute raus, wenn ich sie woanders brauche. So. So, jetzt aber ein bisschen flotter hier. Viel mehr kann ich ja jetzt hier auch nicht machen. Ach Gott, das dauert immer. Yes, vier Gefangenenarbeiter. Jetzt muss ich ganz gut gucken, wie ich die jetzt verwalte. Ich habe jetzt hier noch drei. Meine Bauzelte sind beide gestrichen voll. Das ist gut. Jetzt kann ich ein bisschen mehr investieren. Kann ich jetzt schwabbelige Oma. Die sind noch unterwegs, um die gelernte Dirne zu kaufen. Wenn ich dann die gelernte Dirne habe, das Bordell braucht einiges an Personal. Kann ich das hier weitermachen. So, und ansonsten würde ich mich mal konzentrieren auf die höheren Bedürfnisse. Ja, da ist da meine gelernte Dirne. Jetzt gehe ich mal wieder auf langsam. Und guck mal, dass ich hier mein Bordell hinbekomme. So. Bordell und Salon. Genau hier hin. Zur gefährlichen Anmeldung. Ist doch langweilig. Was machen wir denn hier? Kann man auch einen schönen langen Namen nehmen. Irgendwas sehr anregendes. Zum Zum Zur rosaroten Panterin. Ja, das ist gut. Panterin. Scheiße. Äh, man. Rosa, roter Panter. Das wäre so ein schönes... Egal. Darauf geschissen. Ähm. Ähm. Ich will nicht so schmüdes nehmen. Das ist nur für diese billigen Sachen. Irgendwas schön umschreidendes. Äh. Äh. Busparkplatz. Brr. Okay, das nehme ich. Ja, Busparkplatz. Das beschreibt ziemlich genau, was es ist. So. Ja, ich gehe heute in den Busparkplatz und parke da meinen Bus. Do you know what I mean? So. Das ist gut. Da habe ich auch meine Dirne drin. Da gehören einige Dirne rein. Eui eui. Pardon. Ist das hier nicht die gelernte Dirne? Pardon? Ja, was ist denn die gelernte Dirne? Warum? Ja, das ist die gelernte Dirne. Die hätte ich aber ganz gern lieber im Busparkplatz. So, das ist gut. Ja, die sind nämlich alle voll unzufrieden mit der besuchenden Körperpflege. Das muss sich jetzt ändern. Blast! Ja. Guck ich mal auf mein allgemeines Piratenvorschein, was das ausmacht. Pirate. Allgemeine Zufriedenheit. Was fehlt Ihnen gut denn? Ich blende mal alles aus. So, fang erst mal an mit allgemeiner Zufriedenheit. Die ist konstant geblieben. Anarchie fehlt Ihnen ein bisschen. Schutz ist in Ordnung. Goldhorn ist ein bisschen runtergegangen. Schlafen geht. Glücksspiel ist wieder hochgegangen. Geselligkeit ist relativ weit unten. Wie gesagt, wir brauchen Dirne. Trinken ist gut, also Geselligkeit ist total wichtig. Okay. Da sage ich das jetzt weiß. Glücksspiel und Trinken und so geht alles zum Absturz. Passt. Nur Dirne ist denen krass wichtig. Und da war doch noch irgendwas. Ja. Glücksspiel ist noch wichtig. Wie wäre es mit noch einer Spielhöhne? Ja, die ist immer voll voll. So, das ist gut. Ah, ich sollte die Spielhöhne nicht zu nah dran bauen. So ist doch gut. Und hier schön mit dem Eingang dahin. Ah, nee, es geht immer nur in eine Richtung. Dann stelle ich mal hier den Bau komplett zurück. Und wie gesagt, fokussiere mich erstmal auf den Busparkplatz. So, das passt. Meine ersten Waffen sind hier schon der Schmiede angekommen. Gut, sind die auch schon im Dock? Nein. Was ich jetzt mache, ist Plünderfahrt auf großer Gönner. Ganz einfach, um Goldhorn zufriedenheit der Piraten zu steigern. Das bringt nämlich einiges. Und ich selber brauche die Kohle nicht so sehr. Ui, minus 53%. Da muss ich noch ein bisschen deutlich übermitteln. Jetzt sind 70%. Schlaf. Aber Piratenhäuser gibt es zwar noch nicht, war? War? Nö. Hier gibt es einen Friedhof. Schutzelemente, Seefahrtsbedarf. Aber Piratenhäuser sind normalerweise hier drunter. Ich glaube, hier oder so. Tja. Da muss ich jetzt erstmal damit zurechtkommen, dass die schutzbedürftig, äh, schlafbedürftig sind. Aber das wird schon passen. Wie steht es denn mit dem Dock? Das passt doch. Die trägt schon die ersten Macheten. Äh, Entermesser. Sorry. So, die ersten Entermesser. Das ist gut. Götz hier. Momras Loch. Ähm. Geldloch. So. Nicht kreativer, aber persönlicher. Oh. Ich habe voll vergessen, dass meine Dirnen und Masseusen fertig sind. So, jetzt muss ich hier alle Register ziehen. Alle weiblichen Lastenträger entfernen. Und die alle zu Dirnen umfunktionieren. Dann schmeiße ich jetzt hier die gelehrte Dirne raus. Die hätte ich jetzt ganz gerne hier drin. Ja, perfekt. Habe ich bisher hier schon drei Dirnen drin. Das ist gut, ist aber noch leicht unterbesetzt. Oh, wow. Gar keine Dirne mehr am wollüstigen Wurm. Das ist aber scheiße. Wisst ihr wat? Ich entführe einfach noch eine Wurm. Gelernte Dirne. So, macht man das. So. Habe ich einen schönen Puff eingerichtet. Zack, passt doch. Und die Preise sind ein Schnäppchen. Und die Preise sind ein Schnäppchen. Und die Preise sind ein Schnäppchen. Frische Bettlagen, okay. Also hier holt man sich alle möglichen Schlechtskrankheiten. Hier gibt es wenigstens frische Bettlagen. Das ist schon mal gut. Oh, wie steigt jetzt auch die an allgemeiner Zufriedenheit? Mit Dirnen. So, zum öligen Ruder. Der wollüstige Wurm ist jetzt leider leer. Aber ich kriege ja auch eine gelahnte Dirne, wenn alles klappt. So, das ist gut. Das passt. Gefängnis ist komplett leer, da jetzt auch die Bootswerft fertig ist. So, dann gucke ich mal, wie viel kostet denn so eine Schalubbe? Nicht genügend Docks. Nicht genügend Docks. Aha. Dann bräuchte ich jetzt noch einen Dock mal. Wer ist denn mit dem Dock etwa hier? Oh Gott, ich kriege diese Dock-Ausrichtung nie hin. Das ist so schwierig, finde ich. Oh Gott. Wie richte man das richtig aus? So, oder? Hatte ich's nicht gerade eben? Fuck. Shit. Ich hab doch gerade eben die Ausrichtung. Ja, so passt es. So geht das. Perfekt. Ah ja, ich hab ja Arbeitskräftemangel. Dann schmeiß ich jetzt einfach hier alle weiblichen Frauen aus dem Bauzelt raus und sperr die Plätze. Alle weiblichen Frauen. Sehr guter Ausdruck. Wirklich sehr gut. So, perfekt. Und das war's mit dem Arbeitskräftemangel. Wieso hab ich jetzt eigentlich noch eine Dirne importiert draufgeschissen? Ah, perfekt. Jetzt hab ich halt zwei gelernte Dirne. Na gut. So, wenn das Dock hier fertig ist, dann mach ich mich mal langsam an den Bau der Schalucke. Also, minus 56% steigend. Wir stehst mit Geselligkeit. Das steigt gut an. Und Glücksspiel steigt auch langsam an. Das ist gut. Das ist perfekt. So. Jetzt läuft's auch schon wesentlich besser, als es vorher lief. Minus 56% geraten zur Friedenheit. So, jetzt hab ich hier noch eine gelernte Dirne. Ich würd die aber nicht ganz gern nicht in der Absteige haben, sondern... Ach, nö, nö, nö. Oh, hier. Jetzt geht sie gleich eine andere. Jetzt geht sie hier wieder rein. Einer Arschlecken. Nieden. Nieden. Ja, perfekt. Und jetzt schalte ich die Plätze wieder frei. So, alles umständlich tun. Dirne, dirne, dirne. Na, perfekt. jetzt sind die ja nämlich zweigelärte Dirne drin. Und dann sind die noch zufriedener. Hoffe ich mal. Und wer zu den Billigen absteigen will, der kann zu den Billigen absteigen. Perfekt. Minus 56%. So. Das wird auch schon mal besser. Luxspiel wird auch besser. Goldhorten. Dann könnte man noch was ändern. Wenn ich mal auf Plünderfahrt gehe. Und zwar wo? So mein Einsatzgebiet ändern. Ich gehe mal nach Panama. Auf Plünderfahrt. Oh sweet. Fünf Gefangenenarbeiter. Sweet. Ähm. Ist egal. Fünf Gefangenenarbeiter. Perfekt. Alle Plätze hier freimachen. So. Das ist doch perfekt. Was will man mehr? Ich überlege, was ich jetzt noch machen könnte. Ich kann noch eine Kanone-Gieße reinbauen. Das bringt ja meinen Leuten nichts. Papayas und Bananen. Ich kann irgendwer Papayas gebrauchen. Bananen und Papayas. Das ist für die Dings da. Aber dann habe ich halt eine Farm. Und davon habe ich... Und dann habe ich einen gelernten Farmer. Nee, du. Nee, du. Ich steige mal lieber das Goldhorten von denen. Und guck mal, dass ich so über die Runden komme. Aber das sollte reichen. So. Sehr schnell. Die kann ich nämlich hier nicht mehr machen. Und viel länger geht die Folge auch nicht. So. Ach ja, ich wollte ja noch jemanden umbenennen. Fällt mir gerade ein. Wen könnte ich umbenennen? Eine von den gelernten Hirten. Ich nenne die mal um im... Ich nehme jetzt ansprechenden Namen für Jessica Parker. Und... Nein, das ist so lübsches hier jetzt auch nicht. Ähm. Jurassic Parker. Ja, ich nenne sie jetzt Jurassic Parker. So heißt übrigens ein Transvestite. Transvestite. Wie als Frau der... Ach, egal. Und wie nenne ich den? Ähm. Ähm. Samantha. Angelina Jolie. Wie kann ich den Namen parodieren? Mangelina. Ja, ich nenne die jetzt einfach Mangelina. So. Sehr gut. Jetzt habe ich hier zwei Transvestite. Velle, c'est moi! Ich denke gerade, Jurassic Parker. Wie kann man hier nochmal die Ansicht drehen? Vier auf dem Ziffernblock. So lädt das immer. Ach, die ist draußen. Eine Smoken. Nee, die bewirbt sich draußen. Aha. Da kriege ich zwar viele Klumpen mal. So. Das ist schon mal gut. So, jetzt ist das hier auch zentralisiert. Jetzt kann ich hier, um das Dock zu besetzen, schmeiße ich hier mal zwei Frauen raus. Perfekt. Plünder gut. So, jetzt habe ich hier im Dock auch ein paar Leute. Jetzt kann ich hier anfangen, eine Schaluppe zu bauen. Oh, das ist doch mein Ziel, wa? Schaluppe. Ziel und Geschichte. Schaluppe. Ach, so teuer ist die gar nicht. Ich habe einiges an Bauholz. Perfekt. Immer her damit. So ein Schiffsbau dauert. Zwei Prozent. Panama, Plünder gut sagt. Dann warten wir jetzt noch hier, bis der Kollege zurück ist. Und dann beende ich die Folge mal für heute. Und lade die dann hoch. Und ich hoffe mal, dass ich in der nächsten Zeit ein bisschen konstanter bin. Mit Folgen hochladen. Ich meine, ich lade ja mittlerweile schon mehr Videos auf dem Kanal Extreme Hightech hoch, als hier Let's Plays. Also, müssen wir ändern. So. Das passt. Geblünderte Kanonen. Sweet Kanonen. Das ist gut. Okay. Jo. Ich verabschiede mich dann mal für diese Folge. Und wünsche euch noch eine schöne Zeit. Und, ähm, tretet mir in den Arsch, wenn ich keine Folge rausbringe, okay? Also denn, Dankeschön und Tschüss.